Ich glaube, wir müssen die größeren Fragen stellen. Im Augenblick können wir verlieren, wenn wir zu klein denken und einfach nur denken, die Summe von Maßnahmen ist schon das Ziel. Wir müssen erst das Ziel definieren, dann können wir die Maßnahmen überlegen und nicht einfach jetzt so wild drauf losschießen. Ich glaube, dass die Transformationsherausforderungen so riesig sind, dass auch wenn wir alle Experten in dieser Welt an einen Tisch versammeln würden, die keine Blaupause entwickeln könnten, wie es gehen soll. Ich glaube, wir müssen immer mit den Menschen auch umgehen, die uns unterhalten, die es auch wirklich betrifft. Ich glaube, dass wir dann auch die bessere Politik machen können, die nicht so abstrakt ist, sondern die viel näher an den Bedürfnissen der Menschen betrifft. Ich weiß nicht, wie es geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und zu imaginieren, was die Industrie der Industrie waren und wie es immer noch eine Demokratie war. Ich meine, alles hat sich zu verwendet. 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 So, the problem of all this question of ecology is that they find their way into politics much too fast, and there is so little work being done to absorb all of those new entities coming in. I mean, who could have imagined that most of the political question would be linked to the climate 40 years ago? Nobody. So, it is not exactly the truth, a few people. So, we completely underestimate the difficulty of bringing equality for questions. Again, I use equality, but it's not the right word. Question of survival, living together. We underestimate the speed at which they need to be domesticated to the speed, so we can make it politically whatever. What is the collaboration, the nature of the collaboration between art and intelligence is exactly what it was when they invented in the 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, the question of democracy and the social question. It was invented. Because there was nothing in the history that prepared us to invent the social question and to imagine what industrial society were and how they could still be democratic. I mean, all of that had to be invented. one of the mountains that were people knowing differently. They had to point out quite a few days ago. And I will say, yes, yes, no matter what you have said, I was OFTEN frustrating and should also be considered as since there's been there. It is known as an initiative in 2 million of the world. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.